Kirkonomi ist eine finnische Gemeinde in der Region Helsinki. Sie liegt westlich von Espo, weitere Nachbargemeinden sind Inga und Siunzio. Der Name des Ortes bedeutet Kirchenheide. Die Kirche von Kirkonomi wurde um 1500 errichtet und im 18. und 19. Jahrhundert zu einer Kreuzkirche umgebaut. Geschichte Funde steinzeitlicher Artefakte im Norden von Kirkonomi lassen auf eine erste Besiedlung vor rund 9000 Jahren schließen. Als sich der Süden des heutigen Gemeindegebiets noch unter dem Meeresspiegel befand. Am Ufer der Seen Wittresk und Jusjärvi haben sich vorzeitliche Felszeichnungen erhalten. Mit der postglacialen Landhebung wanderte die Küstenlinie im Verlauf der Jahrtausende immer weiter nach Süden auf eine durchgehende Besiedlung. Lassen Hügelgräber besonders auf Anhöhen im Süden der Gemeinde schließen. Mit der Christianisierung Finnlands im Hochmittelalter siedelten sich schwedischsprachige Siedler an der Küste an, das Küstenhinterland lieb. Überwiegend finnischsprachig. Der Verlauf der Sprachgrenze lässt sich insbesondere an der Verteilung finnischer und schwedischer Ortsnamen nachvollziehen. Manche Flurnamen in Kirkonomi sind estnischen Ursprungs, was sich auf den Umstand zurückführen lässt. Dass das estnische Zisterzienserkloster Kloster Pades hier im Mittelalter einige Ländereien besaß. Die ältesten Gemäuer der Feldsteinkirche von Kirkonomi stammen möglicherweise schon aus dem 13. Jahrhundert. Fertiggestellt wurde der Bau im 15. Jahrhundert. Die Gegend profitierte im Mittelalter von ihrer Lage an der Königsstraße, dem Handelsweg zwischen Turku und Weiborg und vom Handel über die Ostsee. Im 19. Jahrhundert profitierte Kirkonomi dann von der Nähe zu Helsinki. Das 1812 zur Hauptstadt des nunmehr russischen Großherzogtums Finnland erhoben wurde und rasch zur Großstadt anwuchs. Zum Gemeindegebiet gehören die beiden strategisch bedeutenden Halbinseln Porkala und Apinjami. Auf letzterer befindet sich einer der wichtigsten Stützpunkte der finnischen Marine. Entwicklung der Einwohnerzahl, Gemeindepartnerschaften. Sundbüberg, Schweden, Paldischke, Estland, Söhne und Töchter der Gemeinde. Armin Asikainen, Boxer und Europameister. Marten Boström, Leichtathlet und Orientierungsläufer. Laura Österberg, Karl-Marie, Fußballspielerin. Paradise Oscar, Singer, Songreiter. Erosarinen, Architekt und Designer. Johann Wilhelms-Nellmann, Philosoph, Journalist und Staatsmann. Thorwald Strömberg, Kanute und Olympiasieger. Pernella Karlsson, Singer-Songreiterin.